Moin Leute, zieht euch das hier rein. Das sind meine Stromkosten für dieses Jahr und so wie es aussieht, werde ich nicht mal 1000 Euro bezahlen. Voll scheiße, nein, denn ich heize damit 160 Quadratmeter eines alten Hauses, Baujahr 1976 und die Anschaffung für das Ganze war super günstig, also die Umstellung auf mein Heizsystem. Dafür habe ich ein hybrides Heizsystem installiert, eine PV-Anlage mit einem 22 Kilowattstunden Akku installiert und den Akku ebenfalls selber gebaut, ein Lüftungssystem selber installiert und sogar den E-Bike-Akku habe ich selber gebaut und den Akku mit 1000 Wattstunden aus Recyclingzellen für unter 100 Euro hergestellt. Und der fährt schon seit 2000 Kilometern wunderbar. Zudem arbeite ich an einem intelligenten Energieoptimierungssystem, welches mir durch schlaue Steuerung meiner Lasten, Akku und PV und eine Nutzung von dynamischen Stromtarifen nochmal ordentlich was sparen kann. Ich zeige euch heute, wie ich das gemacht habe, was es gekostet hat, was ich damit spare, was ich eigentlich noch plane, was ich aber auch anders machen würde, denn nach der ganzen Zeit gibt es ein paar Dinge, die hätte ich glaube ich jetzt anders gemacht und auch was für Probleme und Nachteile damit einhergehen. Also, los geht's! So, wir haben ein Haus von 1976 mit keiner besonders guten Dämmung und einer 23 Jahre alten Ölheizung. Aktuell setzen wir zum Heizen, also neben der Ölheizung, auf Klimaanlagen, denn das sind eigentlich nur sehr effiziente Luft-Luft-Wärme-Pumpen, teilweise aber auch noch auf die alte Ölheizung, also deswegen nenne ich das Ganze Hybrid-System, weil ich beides benutze. Wie, warum und warum das Ganze eigentlich sinnvoll ist, das erkläre ich euch heute alles. Aktuell benutze ich fünf Klimaanlagen und die Außengeräte können wir relativ gut verstecken, wie ihr hier sehen könnt, da die meisten oben auf unserem Verandadach stehen. Von unten sieht man also eigentlich nur eins so richtig. Aber auch dazu komme ich gleich nochmal. So, warum habe ich mich jetzt dafür entschieden? Das sind mehrere Punkte. Das erste ist, es ist halt ein in sich geschlossenes System. Also, im Vergleich zu Luft-Wasser-Wärme-Pumpen, also diesen normalen zentralen Wärme-Pumpen, die ihr kennt, die relativ komplex sind und wo man wirklich viel falsch machen kann und damit die Effizienz auch stark vermindern kann, das habe ich bei Luft-Luft-Wärme-Pumpen nicht. Also, die kauft man als ein geschlossenes System und die funktionieren dann auch gut. Effizienzmäßig sind die Luft-Luft-Wärme-Pumpen ansonsten auf einem ähnlichen Level wie die Luft-Wasser. Ja, wenn ich jetzt, wie gesagt, alles richtig und gut mache, dann kommt eine Luft-Wasser-Wärme-Pumpe auf eine ähnliche Effizienz. Der zweite Punkt ist, es ist kein Kredit nötig. Ja, du kannst halt eine nach der anderen installieren und brauchst so immer weniger Öl. Also, je mehr du installierst, desto mehr geht dein Ölverbrauch oder dein Gasverbrauch dann runter. Und du kannst es halt nach und nach machen, also so wie das Geld gerade zur Verfügung ist. Und das fand ich zum Beispiel wirklich cool, also weil man dann nicht so einen finanziellen Druck hat und man muss keine Finanzierungskosten bezahlen oder sich um irgendwelche blöden Förderungen kümmern, wobei man auch dafür welche kriegen kann. Und das fand ich jetzt ganz cool. Also, so bin ich total unabhängig und das fand, also mir ist das immer wahnsinnig wichtig. Der dritte Punkt, es ist auch hybrid möglich, hatte ich ja eben schon erwähnt. Das heißt, ich kann meine alte Ölheizung auch weiterverwenden oder die halt langsam ablösen. Und wir verwenden die im Ölheizung noch für zum Beispiel sehr kleine Räume, wie den Flur oder das Gästeklo, welches schon oft genutzt wird, wo ich zumindest mal irgendwie eine gewisse Temperatur haben möchte. Also, es muss nicht super warm sein, aber halt auch nicht total abfrieren. Und da ist das dann eigentlich mit der Ölheizung noch eine ganz feine Lösung. Und alles andere, also die Räume, die jetzt wirklich richtig benutzt werden, wie das Wohnzimmer, die werden dann über die Klimaanlagen beheizt. Die Ölheizung läuft ansonsten fast gar nicht mehr oder nur noch sehr wenig. Aber dazu komme ich gleich auch nochmal, weil wir haben auch hier ein bisschen was ausprobiert. So, und der letzte Punkt, ich musste keinen Heizkörpertausch machen. Also Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Beispiel, da wäre es schon sinnvoll gewesen, alles auf Fußbodenheizung umzustellen. Natürlich geht es auch mit normalen Heizungen oder ich kann da auch einen Lüfter einbauen oder so. Aber meistens muss ich trotzdem relativ hohe Temperaturen fahren mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und das vermindert die Effizienz dieser Wärmepumpe dann schon sehr stark. Und das fand ich nicht so gut. Und natürlich gibt es auch Nachteile bei dem System, was ich hier mache. Zum Beispiel darf man den Einbau nicht vollständig selbst machen. Und auch das Thema Wartung ist wichtig. Und wie gesagt, ich würde auch im Nachhinein einiges anders machen. Dazu kommt aber gleich nochmal ein ganz eigenes Kapitel, weil das dann zu unübersichtlich würde. Also eins nach dem anderen. Fangen wir erstmal damit an, was bringt es jetzt eigentlich energetisch? Um das zu messen, muss man die sogenannte Jahresarbeitszahl bestimmen. Und das bedeutet, wie viel Strom habe ich reingesteckt und wie viel Wärme habe ich dann letztlich über das Jahr damit erzeugt. Und das ist so ein bisschen sowas wie die Jahreseffizienz. Und je höher die ist, desto besser. Weil eine Wärmepumpe pumpt ja quasi Wärme von außen nach innen. Deswegen kann ich sozusagen über 100% Effizienz kommen. Das Schwierige dabei ist, die Jahresarbeitszahl, die hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also zum Beispiel vom Nutzverhalten. Wie heizt ihr? Wie warm wollt ihr es haben? Wann heizt ihr? Also macht es zum Beispiel nachts aus. Aber auch von den klimatischen Bedingungen. Also zum Beispiel bei niedrigen Außentemperaturen muss die Wärmepumpe quasi mehr Wärme pumpen. Also muss mehr Energieeinsatz dafür aufbringen. Und das ist dann weniger Effizienz. Also die Effizienz von der Wärmepumpe hängt ebenfalls von der Außentemperatur ab. Aber auch von der Temperatur, die ihr innen haben wollt. Und natürlich hängt es auch von der Effizienz der Wärmepumpe an sich ab. Also wie effizient ist das Gerät, was ihr eigentlich gekauft habt? Denn da gibt es auch wirklich große Unterschiede. Okay, aber was schaffen wir jetzt eigentlich real, wie hier für eine Jahresarbeitszahl? Es ist nicht ganz einfach zu bestimmen. Aber ich weiß, dass wir so ungefähr 21.500 Kilowattstunden Energie zum Heizen im Jahr brauchen. Das weiß ich einfach aus den Ölverbrauchsdaten. Daraus kann ich so ein bisschen zurückrechnen. Und 4.184 Kilowattstunden haben die Klimaanlagen dann an Strom verbraucht. Und ca. 3.675 Kilowattstunden die Ölheizung dann an den sehr kalten Tagen. Also wo wir dann quasi umgeschaltet haben, das Hybridsystem. Das haben wir meistens so ab minus 5 Grad ungefähr gemacht. Dann haben wir umgeschaltet auf Öl. So, das ergibt dann am Ende tatsächlich, wenn ich jetzt mal alles ausrechne, eine Jahresarbeitszahl von 4,2 nur für die Klimaanlagen. Wobei sich unser Heizverhalten auch so ein bisschen geändert hat. Also einfach durch die Fernbedienung, die ich jetzt habe, kann ich halt eben mal schnell hoch und runter schalten. Die Temperatur oder ich kann die auch mal eben ausmachen und ich kann die eben wieder einschalten. Und das dauert halt eigentlich nur so 10 Minuten, dann ist das Zimmer wieder warm. Das heißt, man regelt viel öfter hoch und runter, auch einfach, weil man es kann. Und das wird sicherlich auch nochmal ein paar Prozente bringen. Wie viel weiß ich tatsächlich nicht ganz genau. Das kann ich nur so ganz grob schätzen. Ich denke, dass die reale Arbeitszahl wahrscheinlich eher so bei 3,8 bis 4 liegt. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Deswegen in dem Bereich werden wir uns aber vermutlich bewegen. Unser Warmwasser machen wir dann mit einer Brauchwasser-Wärmepumpe. Und diese hat bisher in diesem Jahr so eine Jahresarbeitszahl von ungefähr 3 bis 3,5 gebraucht. Das ist niedriger, weil die muss ja höher erwärmen. Also die muss auf so 55, 60 Grad hoch. Niedriger darf man auf keinen Fall machen, weil man natürlich sonst legionellen Probleme bekommen kann. Und die braucht jetzt so grob 2,5 Kilowattstunden Strom am Tag fürs Warmwasser. Also über das ganze Jahr gemittelt. Ich habe die Daten alle so und das zeige ich euch auch gleich. Anders ausgedrückt, im Vergleich zur Ölheizung würde ich 25 Cent am Tag sparen. Also circa 90 Euro im Jahr. Wenn ich jetzt Strom hier mit circa 30 Cent annehme und das Öl mit einem Euro. Das ist relativ wenig tatsächlich und macht in den meisten Fällen finanziell keinen Sinn. Also bei uns tatsächlich eigentlich auch nicht. Dazu kommen wir aber gleich noch. Mit einer PV-Anlage kann das dann wieder mehr Sinn machen. Auch mit einem dynamischen Stromtarif, weil ich die durchaus in der Temperatur hoch und runter regeln kann. Aber dazu gleich noch mehr. Was mega spannend ist, wir haben aktuell, also vor ein paar Monaten jetzt, eine super effiziente Klimaanlage eingebaut, die bis minus 35 Grad heizen kann. Also dass das noch funktioniert. Und eine Jahresarbeitszahl von 5,9 laut Hersteller aufweist. Ob das stimmt und wie gut die wirklich ist und ob die das jetzt packt. Denn unsere alte hat es wirklich nicht geschafft, unser Wohnzimmer bei tiefen Temperaturen warm zu kriegen. Dazu kommt auf jeden Fall bald noch ein Video. Also vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr das dann seht. Als nächstes kommen wir nochmal zu meiner PV-Anlage. Die Kosten der Sparnis kommen später. Wir machen jetzt Schritt für Schritt. Was ihr hier seht, das sind vier Strings. Und die habe ich fast alle selber angebracht. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Eigenanteil hier. Insgesamt sind es mittlerweile so 12 Kilowatt Peak ungefähr. Und klar, ich hatte auch viel Hilfe von Freunden. Also gerade beim Verschrauben und so. Und die Dinger sind sehr schwer. Also ganz allein ist es, glaube ich, nicht ganz machbar. Aber mit ein paar Freunden geht das eigentlich relativ fix. Alle Strings sehen relativ viel Verschattung bei uns durch das Haus und die umliegenden Bäume. Also eigentlich haben wir sehr bescheidene Bedingungen sogar. Und durch den Ohneigenanteil war es aber dennoch lohnenswert. Also wir konnten halt sehr viel selber verbrauchen von dem Strom, den wir erzeugen. Und die Dinger, also so ein Solarmodul ist im Moment einfach unfassbar billig. Aber dazu auch gleich mehr. Ihr seht aber auch, dass einige meiner Strings oder die meisten sogar relativ flach, also die sind nicht aufgestendert. Das heißt, die haben keinen Winkel nach oben. Warum? Weil ich Angst vor Wind hatte. Also hier geht es schon ordentlich durch teilweise. Jetzt nach einigen Jahren, wo das alles mal liegt, würde ich mich mittlerweile, glaube ich, doch trauen, die aufzuständern. Möglicherweise ändere ich das auch noch, denn das würde schon nochmal ein bisschen mehr Ertrag bringen. Gerade in den Winterzeit. Also da habe ich jetzt im Moment wirklich wenig und das ist auch schade. Okay, jetzt seht ihr hier den 22 Kilowattstunden Akku und auch der ist ebenfalls selber gebaut und steht in dem Container draußen. Zum Container komme ich auch gleich noch. Warum? Welche Vor- und Nachteile das hat? Das sind alles Lithium-Eisenphosphat-Zellen für circa 3.800 Euro insgesamt. Das habe ich für alles bezahlt. Und falls ihr sowas ebenfalls plant, hier wirklich ganz wichtig, bitte kauft am besten nur bei Eve direkt oder bisher scheint auch ncon.nl okay zu sein. Oder von mir aus deutsche Zwischenhändler sind auch in Ordnung, die wirklich dann also echte Ware von Eve, von Kettle, was auch immer beziehen. Und ich habe keine Verbindung zu irgendeinem Shop oder so. Das sind wirklich Erfahrungen aus meiner Community. Ansonsten kann ich von den vielen Alibaba-Versendern wie Basen und so weiter nur dringend abraten. Denn welche Qualität ihr dort bekommt, ist ultra fragwürdig. Und hier seht ihr einen Thread in unserem Forum dazu mit wirklich erschreckenden Resultaten. Und da gab es auch wirklich einige Zwischenfälle auch. Also es ist wirklich nicht mehr witzig. Okay, aber genug davon. Welche Vor- und Nachteile hat jetzt eigentlich so ein Container im Garten mit den Akkus? Also die Vorteile, es bringt eine Menge Sicherheit. Denn LFP-Akkus, also Lithium-Eisenphosphat-Akkus, auch wenn die als sehr sicher gelten, können im Worst Case, also bei hohem Ladezustand und einem Terminal Runaway, also wenn die wirklich dann ausgasen irgendwann, wenn irgendwas total schief läuft, größere Mengen an Wasserstoff ausstoßen. Und in einem sehr ungünstigen Fall kann es damit zu einer Explosion kommen. Und wir kennen auch tatsächlich Fälle, wo das passiert ist. In einem Kellerraum zum Beispiel. Und deswegen halte ich hier so einen luftigen Container eigentlich für eine ganz gute Sache, wo ich jetzt weiß, okay, da ist es nicht ganz so dramatisch, da wird jetzt nichts passieren. Viel wichtiger ist es aber natürlich, die Zellen im Auge zu behalten und einfach zu warten und so weiter. Das ist eigentlich das Allerbeste, was man tun kann. So, der zweite Punkt, Lautstärke. Der Wechselrichter ist nämlich ziemlich laut. Im Keller wäre es jetzt bei uns, glaube ich, nicht so tragisch. Das wäre okay, also das würden wir jetzt oben nicht hören. Aber ist trotzdem so, dass man das auch einfach weiß, falls das für euch irgendwie ein Punkt ist. So, der andere Punkt ist natürlich noch Platz. Unser Keller ist bei uns zum Beispiel relativ blöd geschnitten und würde tatsächlich nicht genug Platz bieten. Denn am Anfang war die Anlage im Keller. Dann wurde es zu eng und deswegen bin ich in den Container ausgewichen. Ja, welche Nachteile hat es? Ich glaube, der größte Nachteil ist die Temperatur. Denn die zum Eisenphosphat-Akkus mögen es nicht kalt. Unter 5 Grad, bei 0 Grad, sag ich mal, irgendwo dazwischen. Da wird es dann langsam unangenehm für die Dinger. Das mögen die nicht. Das heißt, ich muss den im Winter beheizen oder ich muss ihn dann wirklich ausschalten. Einfach das ganze System, was man auch durchaus überlegen kann. Denn irgendwann verbraucht die PV-Anlage an sich schon mehr, als die dann einbringt. Ein anderer Punkt ist, Einbruchsschutz ist niedriger. Also so ein Container, da kann ich natürlich einfach eindringen. Das ist nicht so wahnsinnig schwer. Der steht draußen. Das würde nachts vielleicht auch niemand mitbekommen. Wobei ich zugeben muss, die Akkus zu klauen, wäre echt hohl, weil es da ungefährlich ist. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das jemand macht. Aber keine Ahnung, man weiß ja nicht, es gibt immer verrückte Leute. Ja, ansonsten klar ein Punkt, Anschaffung. Also eventuell muss natürlich so ein Container gekauft werden. Bei uns war der schon da. Also der stand quasi schon da, als wir das Haus gekauft haben. Ja, also der Punkt, den unterschätzt man oft total. Ich erzeuge ja jetzt selber zum Beispiel Strom, also aus PV selbst und habe einige Verbraucher, die ich auch gut steuern kann. Zum Beispiel unsere Spülmaschine, die Waschmaschine, die kann ich einfach programmieren. Oder auch die Temperatur der Wärmepumpe. Also das Trinkwasser, das kann ich rauf und runter jagen. Und jetzt wird es noch komplizierter. Ich nutze ja einen dynamischen Stromtarif. Also ich habe jede Stunde einen anderen Strompreis. Ja, und hier mal, hier seht ihr mal, wie es letzte Woche aussah. Also das tanzt schon ganz schön hoch und runter. Das Schöne dabei, im Winter, wenn ich keine PV habe oder nur sehr wenig, dann gibt es oft starke Windphasen. Und ich kann dann tatsächlich von dem günstigen Windstrom profitieren über diesen dynamischen Stromtarif. Naja, und ich habe einen relativ dicken Akku. Und wenn da quasi noch Kapazitäten da sind, kann ich so zum Beispiel auch sehr günstigen Strom aus dem Netz speichern und dann später verwenden, wenn er wieder teuer ist. Und so meinen durchschnittlichen Strompreis natürlich drücken. Und ich zeige euch auch gleich noch, wie viel das dann bringt oder wie viel es bei mir gebracht hat mit unseren Maßnahmen. Okay, wie setze ich das denn jetzt technisch eigentlich um? Also einfach gesprochen steuere ich alles mit diesem kleinen Ding hier. Das ist einfach nur ein kleiner Rechner quasi. Intel NUC nennt man das. Und der steuert im Prinzip fast alles. Und da ist Node-Red drauf. Und das ist so eine Art Steuerungssystem, wo ich quasi alles fernsteuern kann und alle Daten zur Verfügung habe, wie die Temperatur, den Strompreis, die PV-Prognose, den Akku-Ladezustand und so weiter und so weiter. So, aber wann mache ich jetzt eigentlich was? Denn das ist wirklich kompliziert. Und zwar so, dass es mir maximal viel Geld spart. Zum Beispiel, wenn mein Akku etwas PV geladen hat, dann habe ich ja quasi Strom, der echt günstig war im Akku. Und dann wäre es ja total sinnvoll, diesen Strom zu nutzen, wenn der Strompreis richtig hoch ist. Und solche Sachen halt, solche Entscheidungen, die sind nicht einfach. Momentan mache ich das noch mit sehr einfachen Regeln. Also zum Beispiel, wenn der Strom billig ist, dann lade ich einfach ein bisschen was in meinen Akku rein, steuere das eigentlich mehr oder weniger manuell wie viel und dann lade ich etwas oder schalte die Brauchwasser-Wärmepumpe auf eine höhere Temperatur. Aber so wie ich das im Moment mache, ist das wirklich mit viel Eingriff auch von mir persönlich. Und das ist alles andere als optimal. So, und deswegen arbeiten wir aktuell an einem Energieoptimierungssystem. Und das ist quasi so ein System, was intelligent ist und das genau berechnet. Also wann mache ich was? Wann muss ich das tun? Und zwar so, dass ich maximal viel einspare. Und das werden wir bald als Kickstarter-Projekt starten und im Ergebnis wird das alles für euch umsonst auf akkudoktor.net verfügbar sein. Und wir werden vermutlich nächstes, Anfang nächsten Jahres starten. Also das wäre so unser Startpunkt und ich habe schon richtig Bock drauf. Also es wird, glaube ich, auch ziemlich cool. So, und was der ganze Wahnsinn jetzt alles bringt und auch was es gekostet hat, darüber quasseln wir jetzt und das ist auch mega spannend. Okay, jetzt hier nochmal eine Zusammenfassung der Kosten für mein System mit einem hohen DIY-Anteil. Die PV-Anlage hat mich ungefähr 8000 Euro gekostet, also für die Module, die ganzen Kabel und alles, was dazugehört. Und der Akku mit den 22 Kilowattstunden im Selbstbau, der war ungefähr bei 2800 Euro. So, und der läuft jetzt auch bereits seit zwei Jahren ohne irgendwelche Probleme. Und um ehrlich zu sein, hat der es bei mir echt nicht einfach, weil der teils tiefe Temperaturen sind. Er wird genutzt, um günstigen Strom nachzuladen und so weiter. Also der muss bei mir schon richtig ochsen. Ja, ich gebe es dem so richtig. So, wie sieht es bei der Heizung aus? Also wir haben aktuell fünf Klimaanlagen am Start. Eine ist neu und zwar die Panasonic Heat Charge, da unsere alte Mitsubishi das Wohnzimmer bei tiefen Temperaturen nicht gepackt hat. Also da wurde es dann maximal noch so 17 Grad bei, also wenn es draußen minus 5 Grad war. Und das war dann schon scheiße, wo du sagst, okay, das geht jetzt nicht mehr. Da mussten wir zum Beispiel auf die Ölheizung einfach umschalten, weil das dann zu kühl wurde. Was mega spannend an der Sache ist, unsere alte Mitsubishi hatte eigentlich 5,6 kW Heizleistung und die neue Panasonic nur 4,2. Also nominal. Die Panasonic funktioniert aber wesentlich besser. Wie gut und so weiter und wie die das technisch auch überhaupt schafft, das so ordentlich zu machen. Dazu kommt bald ein eigenes Video. Also wie gesagt, Kanal nicht vergessen zu abonnieren, wenn es dich interessiert. Okay, jetzt hier seht ihr, wie viel ich dann für die ganzen Anlagen bezahlt habe. Und das sind ungefähr 5.600 Euro mit der Panasonic jetzt. Die Mitsubishi habe ich hier rausgerechnet. Wenn ihr schlau seid und das von Anfang an richtig macht, dann habt ihr die Kosten natürlich nicht. Aber mit der Panasonic wären das 5.600 Euro für die Klimaanlagen plus so circa 500 Euro Installationsmaterial. Und die Installationskosten, also für den Installateur, waren bei mir entspannt, muss ich jetzt zugeben, weil ich einige Leute mit Kältemittelschein kenne und wir uns dann einfach gegenseitig geholfen haben. Also so ehrlich will ich jetzt hier auch sein. Ein ganz wichtiger Hinweis, ich habe die Anlagen, also die Klimaanlagen in Italien bestellt bei Shopklima.it und ich habe keine Verbindung zu dem Shop oder so. Ich bin ein normaler Kunde. Die Panasonic Heat Charge hat dort zum Beispiel 2.600 Euro gekostet und hier in Deutschland liegt man da im Moment so bei 3.100 Euro für genau dasselbe Gerät. Also ihr habt 500 Euro gespart, trotz des höheren Versands. Also das ist schon echt ein krasser Unterschied auch. Für meine Brauchwasserwärmepumpe, also dieser Kasten, den ihr hier seht, der unser Warmwasser macht, musste ich mit Installation so 3.800 Euro bezahlen. Das habe ich ausnahmsweise mal nicht selber gemacht, also die Installation, weil sonst wäre vermutlich alles unter Wasser bei uns. Aber gut, vielleicht nicht ganz so krass, wie jetzt hier dargestellt, aber da habe ich mir jetzt mal helfen lassen. Jo, Ertrag und Stromverbrauch. Jetzt geht es ans Eingemachte. Schauen wir uns mal an, was mir das Ganze ans Insgesamt eigentlich bringt. Also PV, Wärmepumpen, dynamischer Stromtarif und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Auswertung hier nicht ganz einfach war, aber es ist mega interessant. Es war auch mega interessant für mich, weil man macht dann so eine Bilanz nach einem Jahr und das ist schon spannend. Ziehen wir uns mal rein, wie der Stromverbrauch von den Wärmepumpen eigentlich so war an was die PV eingebracht hat und dann schauen wir auf die Betriebskosten. Also jetzt eins nach dem anderen, damit es nicht zu durcheinander wird. Okay, Stromverbrauch. Gehen wir mal unseren Stromverbrauch durch. Ich logge ja alles mega genau, also ich habe da wirklich tiefe Einblicke durch dieses ganze Monitoring-System, was ich mir da aufgebaut habe. Und die Klimaanlagen und die Brauchwasser-Wärmepumpe liegen so circa bei 4.184 Kilowattstunden, wobei ich den Restdezember noch schätzen musste. Wir haben aktuell den 7.12. Das heißt irgendwie jetzt noch so 23 Tage, habe ich geschätzt. War aber großzügig, also ich denke, dass es eher zu viel war. Und unser Strombedarf, wie ihr hier gesehen habt, hat sich quasi verdoppelt. Also es ist ungefähr so das Doppelte von dem Haushaltsstrom, den wir vorher hatten. Wobei man fairerweise sagen muss, dass der Haushaltsstrom auch die PV-Verluste und auch die Akkuverluste beinhaltet. Die kenne ich einfach nicht. Unser Haushaltsstrom wird vermutlich so 10 bis 20 Prozent niedriger liegen. Aber wie gesagt, ich weiß es wirklich gar nicht. Das wäre jetzt hier auch wieder Kaffeesatzleserei. An 30 Tagen war es halt sehr kalt, also wie eben schon erwähnt. Und da haben wir dann auf die Ölheizung geswitcht. Und daher kommen noch diese 375 Liter an Heizölverbrauch. Die zweite Hälfte des Jahres lief aber bisher komplett über Klimaanlagen. Das ging jetzt tatsächlich durch die Panasonic, die es gepackt hat. Also das fand ich jetzt auch interessant. Okay, und jetzt schauen wir uns mal an, was die PV eigentlich eingebracht hat. Also das müssen wir auch betrachten, damit wir das Gesamtsystem hier sehen. Heute wollen wir uns mal das Gesamtsystem ansehen. Wir haben 7.150 Kilowattstunden an Strom produziert und davon 2.403 Kilowattstunden ins Netz eingespeist und das für circa 7 Cent. Also die haben wir nicht selber nutzen können, weil dann der Akku voll war und es einfach dann ins Netz geht. Von den 7.150 Kilowattstunden haben wir dann 4.747 Kilowattstunden selber genutzt, also für unseren eigenen Bedarf. Und das ist ziemlich cool, weil das ist natürlich echt Geld spart. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben 66 Prozent von dem erzeugten Strom quasi selber genutzt und das ist dann die sogenannte Eigenverbrauchsquote. Und 58 Prozent unseres Stromverbrauchs konnten wir mit der PV decken. Und das ist dann sozusagen der Autarkiegrad. 100 Prozent würde bedeuten, dass man vollständig autark ist, also seinen Bedarf tatsächlich komplett selber decken kann. Was bringt es finanziell? Also hier kann ich quasi nur meine alte Ölheizung mit der jetzigen Lösung vergleichen, da ich für beides einfach robuste Daten habe. Jetzt eine Gasheizung oder so weiß ich einfach nicht. Für unser Haus kenne ich nicht, weil ich keine habe. Deswegen vergleichen wir diese beiden Sachen. Okay, der Haushaltsstrom ist bei der Öl- und bei der Klimalösung relativ gleich und kostet hier circa 1.426 Euro bei einem Strompreis von 36 Cent und bei 31 Cent Strompreis mit dem dynamischen Tarif, also mit diesem stündlichen Tarif, den ich jetzt wie gesagt gut nutzen konnte durch den Akku und auch dadurch, dass wir unsere Lasten verschoben haben. In die Preise, die ich jetzt hier genannt habe, ist die Grundgebühr im Übrigen schon eingerechnet und ich habe mit einem Ökostromtarif, der einen Monat Vertragsbindung hat, das habe ich angenommen und das sind aktuelle Werte, also aus Dezember, das ist nicht mal ein Jahresschnitt, sondern ich wollte jetzt hier ein bisschen günstigere Werte nehmen, weil ja einfach der Strom günstiger geworden ist und man natürlich hofft, dass es auch so bleibt. Wir hatten 200 Heiztage und verbrauchen so circa 13,5 Liter an Öl am Tag im Durchschnitt und damit komme ich auf Kosten von circa 2.700 Euro fürs Öl. Zusätzlich benötigt die Ölheizung ungefähr eine Kilowattstunde Strom am Tag und da sind wir dann auch nochmal bei 72 Euro, also für den Strombedarf der Ölheizung. Rechne ich das alles zusammen, also wirklich komplett alles, dann komme ich so auf 4.200 Euro für die gesamten Energiekosten im Jahr. Auto ausgenommen an der Stelle. Wartung lasse ich jetzt hier auch mal gerade weg, denn dazu bringe ich gleich nochmal ein eigenes Kapitel, das wird sicherlich auch viele interessieren, wie man das eigentlich macht mit den Klimaanlagen. Okay, wie sieht es jetzt aus mit dem System, was ich momentan habe, also mit der PV und den Klimaanlagen? Also den Haushaltsstrom lasse ich hier mal kurz gleich und dann kommen wir auf 4.184 Kilowattstunden zum Heizen mit den Klimas und der Brauchwasser-Wärmepumpe. Also insgesamt haben wir dann 8.147 Kilowattstunden Strom gebraucht über das gesamte Jahr. Die PV konnte davon ca. 4.747 Kilowattstunden abdecken, also bleiben noch 3.400 Kilowattstunden an Strom, die wir verbraucht haben. Also jetzt wirklich komplett das gesamte Jahr gerechnet. Im Dezember auch noch abgeschätzt. Mit einem durchschnittlichen Strompreis von ca. 36 Cent komme ich dann auf 1.224 Euro und mit unserem dynamischen Tarif kam ich tatsächlich auf 1.450, die wir auch real erreicht haben. Wobei der Dezember, wie gesagt, noch fehlt, aber im Moment läuft es eigentlich ganz gut. Es kann sein, dass wir sogar noch was runterkommen. Für den überschüssigen PV-Strom, also den, den ich nicht selber nutzen kann, bekam ich ja auch nochmal 168 Euro, also an Einspeisevergütung und damit komme ich dann auf Stromkosten von ca. 886 Euro am Ende des Jahres und das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Dazu kommen aber natürlich nochmal die 385 Euro, die wir für die 30 Tage mit der Ölheizung hatten und dann liege ich am Ende bei 1.271 Euro an Energiekosten. Kurzer Hint noch zum dynamischen Stromtarif, das finde ich wichtig. Uns ist es eigentlich über das Jahr gesehen immer gelungen, so ca. 10% unter dem Durchschnittspreis zu landen. Also wir waren schon ganz günstig unterwegs, allerdings mit viel Aufwand. Also das heißt Spülmaschine, Waschmaschine in Zeiten von einem günstigen Preis an machen und den Akku nutzen, wenn es richtig günstig ist. Das passiert aber wirklich sehr selten, vielleicht so ein bis zwei Mal im Monat. Und das läuft auch bei mir automatisch. Und wenn ihr den Aufwand zum Beispiel nicht betreiben wollt oder könnt, dann würde ich auch wirklich davon abraten, weil dann ist so ein bisschen random, was ihr da für einen Strompreis habt. Das würde ich dann nicht machen. Wenn ihr es aber machen wollt und könnt und auch Bock habt, da drauf zu gucken, dann kann sich das wirklich lohnen. So, wie sieht es jetzt mit der Amortisation aus? Es ist ja mega spannend, wie das Gesamtsystem jetzt im Vergleich zur alten Ölheizung performt. Die Strompreise sind jetzt dieselben wie eben schon erwähnt und damit käme ich auf Energiekosten beim Öl von 4.200 Euro und bei der Hybridlösung auf 1.271 Euro. Also ungefähr eine Ersparnis im Jahr von 2.900 Euro, Pi mal Daumen. Ihr habt ja eben gesehen, mich hat das alles jetzt 20.700 Euro gekostet und damit würde sich der Umbau unserer Heizung und der PV nach circa sieben Jahren amortisieren. Also wenn man jetzt das gesamte System betrachtet. Naja, würde ich jetzt noch annehmen, dass ich, wenn ich weiterhin bei Öl bleiben wollen würde und dann die Heizung bald noch tauschen müsste, dann würde mich der Spaß ja nochmal ein paar Tausender kosten, also einfach um eine neue Ölheizung zu kaufen und damit wäre dann die Amortisation sogar nochmal besser. Also ich habe ja jetzt quasi nur verglichen, ich habe jetzt ein neues System und wenn das jetzt einfach so weiterlaufen würde, wann würde sich das amortisieren? Aber theoretisch müsste ich jetzt innerhalb dieser Zeit auch eh noch eine neue Ölheizung kaufen. Das heißt, das habe ich sogar rausgelassen. Wobei der Verbrauch mit einer neuen Ölheizung natürlich auch wieder besser sein könnte. Lassen wir das, das ist zu spekulativ. Machen wir weiter. Die Wartung der Klimaanlagen. Was muss ich eigentlich machen, um die zu warten? Also das ist immer so ein Ding, was mich die Leute ständig fragen und das ist gar nicht so kompliziert. Das Erste ist, ich muss die regelmäßig reinigen. Und das Zweite ist, ich muss die Performance checken, also sozusagen den Kältemittelstand. Ist da noch genug drin? So, dann fangen wir mal mit dem Reinigen an. Ich zeige euch jetzt hier einfach mal so im Hintergrund, wie ich das mache. Das Erste, was ihr machen müsst, ist das Ding erstmal aussaugen, also vom Staub befreien. Dann habt ihr oben diesen Staubfänger, den spült man dann kurz aus in der Dusche oder so und dann lässt man ihn trocken. Das sollte man im Übrigen alle paar Wochen machen, weil der verstaubt sehr schnell, wenn man den oft benutzt, also die Klimaanlage oft benutzt. So, und dann gibt es diesen Schaum hier, den ihr hier seht und den muss man dann wirklich überall in die Kühlrippen einsprühen, halt richtig, richtig ordentlich rein. Und auch unten in das Gebläse, wie ihr seht, also da kann man das so ein bisschen andrehen und immer reinsprühen, damit sich das richtig schön verteilt. Und der ist halt, der breitet sich richtig aus und das klappt richtig, richtig gut. Den Schaum, den ich verwende, den habe ich euch auch unten verlinkt. Bisher ist der super und auch relativ günstig. Unbedingt unten Tuch oder so drunter legen, das macht natürlich eine Riesenschweinerei. Ein anderer Schaum wird es wahrscheinlich genauso tun, aber ja, wie gesagt, ich fand den bisher ganz gut. Und das müsste man so alle sechs bis zwölf Monate machen, besonders wenn die Anlage im Kühlbetrieb war, weil dann der Kondensator entsteht, also an den Kühlrippen und dann muss man das entsprechend häufig reinigen, damit da natürlich kein Schimmel oder irgendwas Ekliges entsteht. Kostenpunkt ist dann ungefähr 20 Euro jetzt bei uns. So, was ist jetzt mit dem ominösen Kältemittelstand? Also das sind immer Diskussionen, die finde ich auch krass. Das Nachfüllen, von dem viele immer sprechen, konnte ich jetzt noch nicht feststellen. Und auch bisher noch nie gehört, dass es jemand gemacht hat, real. Ich bin aber unsicher, da meine Erfahrungen natürlich begrenzt sind, da die Anlagen noch nicht so lange laufen. So, jetzt ist es aber so, wenn Kältemittel denn entweichen sollte, das sollte eigentlich nicht passieren. Kann ja aber sein. Müsste das ja in einem Performance-Verlust merklich werden. Also ich müsste es merken, dass die Anlage einfach mehr Strom verbraucht oder auch einfach nicht mehr so gut heizt beziehungsweise kühlt. Bei meinen Anlagen konnte ich ja bisher noch gar nichts feststellen. Die Performance kann ich nämlich mit meinem Monitoring-System, was ich euch eben gezeigt habe, echt verdammt gut messen und dann auch erkennen, hat ein Klimaanlager irgendwie ein Problem, ja oder nein. Und ich kann euch auch in einer extra Folge gerne nochmal erklären, wie ich das genau mache, wie ihr das machen könnt. Und damit habt ihr wirklich eine gute Chance zu sehen, stimmt da irgendwas nicht. Ja, also zumindest über ein paar Monate müsste man das eigentlich ganz gut erkennen können. Okay, anderes Beispiel, um das vielleicht nochmal deutlicher zu machen. Die meisten Kühlschränke, ja, es sind ja auch im Prinzip Wärmepumpen drin, die laufen ja auch gute 20 Jahre und haben da auch kein Problem mit. Ja, es ist halt also scheinbar nicht so dramatisch, wie es so oft getan wird. Also glaube ich auf keinen Fall. Klar, Kühlschränke haben natürlich eine andere Verbindung. Also die sind teilweise meistens gelötet. Das heißt, das mag was fester sein. Dennoch glaube ich nicht, dass es sehr oft nötig sein wird, da irgendwas nachzufüllen. Und nachfüllen ist auch gar nicht mal so trivial, da ich den Füllstand der Anlage gar nicht kenne. Also ich kann da ja nicht reingucken und sagen, so viel Kältemittel ist da noch drin. Ich kann das eigentlich nur über den Druck und die Temperatur abschätzen. Ja, mehr kann ich nicht machen. Und auch hier muss ich echt aufpassen. Ich bin aber auch ehrlich und kann jetzt hier wirklich nur aus wenig Erfahrungsberichten schließen. Also hier ist eine große Unsicherheit bei mir. Und wenn ihr da Erfahrungen habt, ihr habt zum Beispiel so ein Ding schon lange am Laufen und könnt halt sagen, ich musste die doch mal warten oder auch nicht. Wäre cool, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Würde mich wirklich interessieren. Okay, natürlich hat so ein System, wie ich es dir vorgestellt habe, natürlich, es hat nicht nur Vorteile und es ist auch nicht für jeden Haushalt geeignet. Ja, das wäre jetzt absurd, das zu sagen. Und einige Dinge würde ich auch heute anders machen und die gehe ich jetzt einfach mal kurz und knackig durch. Das Erste ist die Klimaanlagenplanung. Also ich habe ja schon erzählt, im Wohnzimmer war erst mal die Mitsubishi, die habe ich dann gegen die Heat Charge getauscht. Und das kostet natürlich auch alles Geld. Da hätte ich direkt ein bisschen besser planen sollen, dann hätte ich das nicht machen müssen. Die Heat Charge verliert bei niedrigen Temperaturen einfach viel weniger an Heizleistungen und packt das einfach noch. Und die Mitsubishi war bei minus 5 Grad oder bei hoher Luftfeuchtigkeit auch schon früher echt am Limit. Und dann hat es nicht mehr gereicht. Die Brauchwasserwärmepumpe. Ich habe eine von Stiebel Elton und grundsätzlich ist die auch okay. Aber ich wünschte mir hier echt mehr Softwareinterfaces. Also das ist wirklich schon, sage ich mal, so ein Schätzchen, was jetzt nicht mehr so dem aktuellen Stand der Zeit entspricht. Also dass ich das alles über den Rechner auslesen kann und auch die Temperatur von außen regeln kann. Damit hätte ich eine mega geile regelbare Last und könnte meine PV nochmal besser nutzen. Ich kann die zwar ein bisschen regeln, also in zwei Stufen, mehr geht aber nicht. Und ich weiß nicht, wie warm das Warmwasser da drin ist. Das wäre natürlich auch eine sehr wertvolle Info. Das ist ein bisschen schade, muss ich zugeben. Ein weiterer Punkt sind kleine Räume. Also wenn man zum Beispiel ganz viele kleine Räume hat, dann kann das natürlich wahnsinnig schwierig sein mit solchen Innengeräten, da ich ja je nachdem ganz viele davon brauche oder die Wärme sich schlecht verteilt. Eine gute Option ist in dem Fall zum Beispiel ein Hybridsystem. Also wie ich es mache, dann kann man zum Beispiel sowas wie den Flur oder das kleine Gästebad oder sowas noch weiter mit der alten Heizung fahren auf niedriger Temperatur und so das Beste dann aus beiden Welten mitnehmen. Also auch das geht. Man kann auch gut parallel fahren. Auch das ist durchaus möglich. So, wie sieht es mit dem Hybridsystem aus, von dem ich immer schwafel? Ja oder nein? Ist es jetzt gut oder schlecht? Ich muss sagen, es ist schwierig zu bestimmen, weil ich fand eigentlich die Kombination aus Öl und dem ganzen Klimas ganz cool. Vor allem auch einfach, weil ich da noch die Ölheizung im Notfall hätte. Also ich habe ja auch ein redundantes System. Das heißt, wenn was ausfällt, hätte ich es noch. Gas ginge natürlich genauso. Was jetzt besser performt, also Hybrid oder rein Klima, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Das werde ich am Ende des Jahres auswerten. Wir hatten das erste Halbjahr jetzt wirklich so Hybrid und das zweite Halbjahr haben wir jetzt nur noch mit der Klimaanlage geheizt. Also auch hier aber nicht vergessen, wenn euch das interessiert, die Auswertung wird kommen. Ein Punkt ist aber blöd, wenn ich meine Anlage zum Beispiel so auslege, dass ich ein Hybridsystem fahre, also dass ich auch wirklich auf die Ölheizung angewiesen bin. Die ist ja schon bei uns zum Beispiel über 20 Jahre alt und zickt auch schon ein bisschen. Das heißt, ich muss die möglicherweise austauschen, wenn ich das Hybridsystem weiterfahren möchte. Deswegen kann es sinnvoller sein, auf Dauer dann eher komplett umzusteigen. Ich überlege aktuell sogar daran, die Ölheizung durch eine ganz kleine Wärmepumpe für 1.700 Euro zu ersetzen. Also dann Luft-Wasser-Wärmepumpe und dann quasi ein Hybridsystem aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Luft-Wärmepumpe zu fahren. Aber solange die Ölheizung noch läuft, werde ich das erstmal nicht tun. Das macht jetzt gerade keinen Sinn. Ich finde es auch nicht gut, irgendwas Funktionierendes irgendwie wegzuschmeißen. Deswegen ist das erstmal keine Option für uns. Okay, ein weiterer Punkt, die Optik. Ihr habt ja bei uns gesehen, dass ich den Großteil der Außengeräte super verstecken konnte. Also einfach oben auf die Veranda, da sieht es echt keiner von unten. Und dann ist es optisch jetzt kein großes Problem bei uns. Das muss aber natürlich nicht so sein. Also man kann ja auch mit Multi-Split-Geräten zum Beispiel entgegensteuern. Also dann brauche ich für ein Außengerät, kann ich dann mehrere Innengeräte nehmen. Dann ist es vielleicht optisch ein bisschen einfacher, das schön zu machen. Aber dennoch sollte man das im Auge behalten. Und wenn man da jetzt sehr, sehr Wert auch einfach auf die Optik legt, dann ist das möglicherweise auch keine schöne Option. Auch das muss man natürlich berücksichtigen. So, dann gibt es natürlich auch den Luftstrom. Also die Innengeräte, die erzeugen einen Luftstrom. Uns stört es zum Beispiel gar nicht. Aber unser Zimmer ist auch sehr breit geschnitten. Also zum Beispiel das Wohnzimmer. Das heißt, den Luftstrom kriegen wir meistens gar nicht mit, weil man sich irgendwie woanders befindet. Zumal regelt die Anlage irgendwann, wenn die Temperatur einfach erreicht ist, auch automatisch runter. Und dann merkt man eigentlich gar nichts mehr. Aber wie gesagt, empfindliche Personen sollten sich dessen einfach bewusst sein. Das ist auch was sehr Persönliches, würde ich jetzt sagen. Und es hängt dann einfach auch vom Raum ab und so weiter, wenn er ungünstig geschnitten ist. Das kann ich jetzt nicht allgemein sagen. Das muss dann einfach jeder für sich selber entscheiden. Aber das ist ein Punkt, den man beachten sollte. So, was würde ich denn ändern eigentlich? Das ist zum Beispiel die PV. Da würde ich direkt auf drei Phasen gehen oder auf eine Anlage mit vielen Mikrowechselrichtern. Unsere Einphasen-Anlage ist nämlich echt ein scheiß Limit im Moment. Die kann maximal 5 kW einspeisen. Ich lege natürlich oft drüber und der Akku kann dann nochmal zusätzliche 5 kW abfangen. Aber im Sommer ist es meistens, ist der Akku schon früh voll und dann verliere ich tatsächlich wertvolle Energie. Und das würde ich so nicht nochmal machen. Das ärgert mich auch so ein bisschen. Aber ja, mal schauen. Vielleicht muss da nochmal ein Upgrade her. Ein Punkt, den ich natürlich auch gerne noch angehen wollen würde, das ist die Dämmung. Also die beste Heizung bringt dir ja gar nichts, wenn ich die Wärme einfach zum Fenster rausschmeiße. Hier werde ich vermutlich auch nochmal nachlegen müssen. Ja, selbstverständlich DIY. So, das hatte ich eben schon angerissen, die DIY Luft-Wasser-Wärmepumpe. Auch das kann echt eine Option sein, zum Beispiel statt den Luft-Luft-Wärmepumpen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zentral selber einzubauen. Auch das geht mittlerweile relativ günstig und ist echt machbar. Also bei uns fand ich die Option nicht so gut, da wir haben in einigen Räumen haben wir tatsächlich eine Fußbodenheizung und in anderen dann nicht. Aber um alles zu heizen, müsste ich bei uns jetzt irgendwie schon relativ hohe Vorlauftemperaturen fahren, besonders im Wohnzimmer. Da müsste ich auch die Kacheln rausreißen und so. Und da, nee, möchte ich nicht, weil die Effizienz ist dann einfach schlechter. Und mir ist das dann doch zu wichtig, da eine gute Effizienz zu haben und dass sich das finanziell einfach dann am Ende lohnt. Das fand ich jetzt bei uns wenig attraktiv. Eine Kombination könnte bei uns zum Beispiel sinnvoll sein, also eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und Luft-Luft-Wärmepumpe. Die Luft-Luft dann in den Räumen zum Beispiel ohne Fußbodenheizung und Luft-Wasser dann in Räumen mit Fußbodenheizung. Daran überlege ich zum Beispiel aktuell, könnte eine Option sein, um dann auch die Ölheizung komplett loszuwerden. Aber erst mal nicht. Die funktioniert, deswegen bleibt. Okay, mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Ich hoffe, das hilft euch nochmal bei euren Überlegungen. Und jetzt nochmal, was jetzt zukünftig noch kommen wird. Also was jetzt noch kommen wird, ist zum Beispiel das Energieoptimierungssystem. Und hier erwarte ich nochmal eine relativ große Einsparung, da ich mit meinem PV-Strom und dem dynamischen Strom aus dem Netz einfach viel effektiver nutzen kann. Das ist momentan maximal dämlich, so wie ich es mache. Und ich verschenke einfach wahnsinnig viel, einfach nur durch eine schlechte Regelung. Das ist echt Quatsch. Der nächste Punkt, ich würde die PV erweitern oder möchte das gerne. Unser Dach ist noch komplett frei. Also da ist gar nichts drauf. Das könnte man vermutlich noch nutzen. Und hier wären dann so circa 9 kWp zusätzlich drin. Wobei wir da Bitumenbahnen haben und 6 Grad an Neigungswinkel. Das ist maximal scheiße, um eine PV drauf zu machen. Was ich noch machen möchte, ist halt irgendwie den Eigenverbrauch erhöhen. Weil ihr habt gesehen, wir speisen noch über 2400 kWh irgendwie ein. Und das kann man vielleicht noch verbessern. Da käme jetzt tatsächlich eigentlich nur noch ein E-Auto in Frage. Wir haben ja, wie gesagt, die 2400 kWh Überschuss im Jahr. Und wenn ich davon so circa die Hälfte noch für ein E-Auto nutzen könnte, dann wären das ja bereits 6000 Kilometer. Wenn ich jetzt 20 kWh als Verbrauch annehme. Und mein Benziner kostet mich zum Beispiel für 6000 Kilometer circa 750 Euro. Und der PV-Strom würde mich dann für dasselbe circa 84 Euro kosten, da ich ja die Einspeisevergütung verlieren würde. Also dadurch hätte ich natürlich einen kleinen Verlust auch erlitten. Und das wäre aber für mich ein Ersparnis durch meinen eigenen Strom von irgendwo um die 600 Euro im Jahr, ganz grob gerechnet, ohne die ganze THG-Quote und den ganzen Scheiß, der da dran hängt. Das würde es jetzt schon noch mal verbessern für mich. Auch der normale Verbrauch, also ohne PV würde sich lohnen bei mir, weil ich das E-Auto sehr gut über den dynamischen Stromtarif laden kann. Also da hätte ich auch noch mal Möglichkeiten, den Strompreis bei uns mittler zu drücken. Den Strompreis von so, also im Moment 31 bis 28 Cent, den könnte ich mit einem E-Auto mit ziemlicher Sicherheit noch unterschreiten. So, noch eine wichtige Frage, was von dem ganzen Kram, den ich gezeigt habe, darf man eigentlich selber machen? Man darf ja nämlich nicht alles. Bei der PV darf man eigentlich nichts machen, was irgendwie mit dem öffentlichen Netz zu tun hat. Da muss eigentlich jetzt wirklich ein konzessionierter Elektriker dran und das macht auch Sinn. Und ich habe das auch so gemacht, weil sonst bekomme ich die Anlage gar nicht angemeldet und damit dann auch keine Vergütung. Das wäre auch illegal. Grundsätzlich rate ich auch dringlich dazu, auch wenn ihr das euch selber zutraut und so weiter, lasst einen ordentlichen Elektriker mal über die Sache drüber gucken. Macht es gemeinsam mit ihm, wenn ihr könnt. Also wenn ihr den vielleicht auch kennt oder so und der Zeit hat. Mir hat das nicht geschadet, den mal drüber gucken zu lassen. Er hatte dann schon noch mal ein paar Stellen, wo ich dann noch mal ran musste. Das habe ich dann auch gemacht und kann dann jetzt sicher sein, das ist jetzt alles safe und das passt dann auch. Bei der Klimaanlage darf man im Prinzip alles selber machen, was nicht mit den Kältemittelleitungen zu tun hat. Wenn ich zum Beispiel ein Kältemittel wie R32 drin habe, dann ist das halt super klimaschädlich und es darf nicht in die Umwelt gelangen. Und wenn ich es anschließe und so weiter, dann muss ich halt eine Dichtigkeitsprüfung machen und so alles. Also wenn ich das nicht gut mache, kann halt Kältemittel austreten. Das ist halt deswegen eher ein Lasteslieber sein. Also ihr könnt aber zum Beispiel ein Loch durch die Wand bohren, also das Außengerät aufstellen oder auch aufhängen, das Innengerät aufhängen und das ist alles schon der Großteil der Arbeit. Wenn ihr das macht, dann habt ihr schon wahnsinnig viel Zeit gewonnen und dem Installateur viel Zeit erspart. Bei neueren Anlagen mit Propan, also R290, kann man wohl auch vieles selber machen, auch selbst Hand anlegen. Man darf die wohl angeblich komplett selber aufbauen. Offiziell konnte ich das noch nicht bestätigen und sage daher, ich weiß es nicht. Es wäre aber geil, wenn es so wäre, weil das wäre echt ein Grund, dann auch auf R290 zu gehen. Für mich natürlich nicht, weil meine stehen schon. Aber wenn man nochmal irgendwie neue braucht oder das neu aufbauen möchte, wäre das ein echter Grund oder ein echter Vorteil, dass man es einfach selber machen kann. Okay, also das war heute echt viel. Das war jetzt schon irgendwie so alles, was ich jetzt weiß zu dem Thema oder was ich jetzt rausfinden konnte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen damit, durch den ganzen Dschungel bringen und sage bis zum nächsten Mal, macht's gut, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020